Der Emanuel, Kalista, Zeynep, Carlos Lewis, Hamidullah, Asimi, Ismael und seine Schwester im Namen Maslye. Diejenigen, die ich jetzt vorlese, die können hier hinkommen, hier auf die Seite. So, wir fangen an mit der Klasse 1a. Mejavi, Jansu, Timothy, Mathieu, Samia. Guten Morgen, Klasse 1b, wir gehen da drüben zu den farbigen Steinen. Ihr Bruder ist ja auch hier. Ist das schlimm, dass der in der gleichen Klasse ist? Schlimm mit der Schwester in der gleichen Klasse zu sein? Wenn Sie etwas nicht verstehen, machen Sie so. Sie sind hier, weil Sie noch nicht verstehen. Kommen Sie ein bisschen näher, ich bin nicht gefährlich, ich bin nicht giftig. Hier ist unser Klassenzimmer. Wir sind hier im ersten Stock. Hier ist die Toilette. Sie fragen, darf ich auf die Toilette gehen? Falsch ist, darf ich in die Toilette gehen? Das ist ganz falsch. Das ist Herr Schulkeis. Er ist Ihr Lehrer. Sie sehen, Ihre Lehrer sind alle schwarz. Gut. Sie sehen, die Toilette geht um publi. Untertitelung des ZDF, 2020